Die Europäische Agentur für Flugsicherheit hat einen starken Anstieg von Attacken auf GPS-basierten Navigationssystemen festgestellt. Experten gehen davon aus, dass Russland gezielt den Luftverkehr angreift. Moskau wird verdächtigt, hinter der massiven Zunahme von GPS-Ausfällen in der Ostsee zu stecken. Allein im Monat März wurden mehr als 350 Angriffe pro Woche registriert. Dabei sind nicht nur NATO-Patrouillenflüge betroffen, sondern in zunehmendem Masse auch zivile Flieger. Dazu gibt es Statistiken von Ryanair, Wizz Air, British Airways und EasyJet, welche mit tausenden Problemen und Ausfällen im letzten Halbjahr ihrer GPS-Navigation zu kämpfen und auf alternativen Navigationsmethoden wechseln mussten. Bei diesen Störungen werden Positionsdaten durch auf der Erde befindliche Störsender beeinflusst. Erkennen die flugzeugeigenen GPS-Navigationssysteme diese Störversuche nicht, kann dies zu falschen Flugrücken und damit möglichen Kollisionen mit anderen Flugzeugen unter Gelände führen. Ein Ende dieser Störungen ist laut Experten nicht in Sicht. Gäbe es doch entsprechende Befehle aus dem Kreml, jeden eigenen russischen Militärstandort entsprechend so zu schützen, mit der Inkaufnahme der entsprechenden Konsequenzen für die Zivilluftfahrt. Konsequenzen für die Zivilluftfahrt.